so leute hat sie kommen zum neuen video auf einen kanal längere zeit mal wieder ein video von mir ja heute geht es um ein projekt dass ich schon mal umgesetzt habe aber ich möchte es gerne mit dem selbst machen wenn ich nämlich es geht um ein modell da klar durch das allein aufbauen ich habe mir überlegt eine straßenbahn zu machen ja ja dann habe ich jetzt mir mal trackplaner herumgeladen das ist so ein programm wo man da ist gleich selbst erstellen kann von märki 1980 bis lego dublo gibt es auch ganz recht und da habe ich mir jetzt eine stückliste ausgedruckt und die karte als die strecke selbst und dann erkläre ich das einmal und da ist er könnten die kartons wo die schien da sind die man gebraucht ja also mehr das selbst machen könnt könnt ihr es gerne machen ein kleine info vorweg ich habe als gerade schienen sie 22,9 cm genommen und dreimal die 18 cm schienen ihr müsst ihr 18 cm schienen sonst klappt das nicht info vorweg so und jetzt und schauen wie spaß ihnen jetzt erkläre ich euch alles stückliste dass sie denn wissen mein gleisplan stückliste zum beispiel 16 geraten 18 cm das hier ist ganz oben ja dann dreimal kleise einmal zweimal 18 cm dreimal seht ihr ja steht unten drunter könnt gerne auch im shop klicken und weiter schwulen dann 20 kurven 20 kurven und dann steht hier nochmal zwei kurven dann eine links eine rechtsweiche und eine links zwei rechtsweichen braucht ihr auf jeden fall ja ich bin durcheinander gekommen zwei rechtsweichen ja und gleisanzahl 49 reise braucht ihr dafür ja dann haben wir das schon mal durch dann kommen wir zu dem eigentlichen warum ich jetzt ein video mache ihr habt ihr schon gesehen ein bisschen männlich die strecke so sieht die dann aus am ende durch mal ein zeichnen kurzer moment dauert jetzt aber mit sogar sein da musst du schon damit leben also gut noch eine kleinigkeit ihr dürfte auch gerne nachbauen kein problem dann wird es ein video geben wenn das ganze fertig ist da ist der andere bahnsteig weiß ich nicht wie ich die station nennen soll und da kommt direkt der bahnübergang hin hier ist der regio bahn und hier ist die überführung da ist jeder straßenbahnbahnhof und ja und signal ein absteckleis geht da und hier ist der berg und hier ist der berg ja und jetzt noch mein berg also sehe ich euch mal den berg der berg so dass das sind das sind die schiene für den regi für die normale zugstrecke und das ist die straßenbahn wollte noch was sagen wollte doch noch was zeigt nämlich die kupplung ist mir abgefallen und schaut euch das mal ja ich krieg die kupplung nicht mehr rein können jemanden geben wie ich die reinkriegen mal das wäre nicht schlecht ja von daher war es ist mit dem video meist auch gefallen hat gibt einen daumen hoch und gibt mir tipps vielleicht möglich erzählen wir uns beim nächsten video